Go! 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 Hallo und herzlich willkommen zum letzten Koloss bei Shadow of the Colossus HD Let's Play von den Aufregers. Hier ist Olli, Yannick und ich Stiff! Es war ein langer Weg, die letzten 15 Kolosse, die waren ja hart aber herzlich, aber ich glaube der letzte wird nochmal was ganz anderes. Also die vor der letzten 15 fand ich eigentlich ganz in Ordnung. Ja, das... Also wenn man gewusst hat wie sie gehen und keine Angst hatte vor Laserstrahlen und Blitzen, dann war alles ok. Das geht schon. Ja, das ist echt chillig. Ja, wenn man nicht dauernd Futter fallen muss und so, kein Problem. Oh, oh, fast perfekt richtig. Der allererste Koloss. Der Koloss ist diese Steinmauer. Warte, guck mal kurz auf die Karte. Ich würde es sogar glauben, wenn es mir jemand sagt, gell? Aber der, guck mal auf die Karte, der ist ja hinter den da, was du irgendwie außen rumlaufen musst. Also guck mal die Karte auf. Ne, das sieht mir eigentlich auf dem Weg aus. Ne, es sah doch exakt gerade aus. Und dieser scheiß Weg war vorher nicht. Und es war dunkel? Ne, der war vorher nicht. Ne, der erste Koloss war woanders, oder? Der war genau da, wenn du da hoch gehst. Nein. Da war ein Parcours. Da war ein Parcours. Ja, da war ein Parcours. Der ist aber auch noch da. Okay, gut. Ne, das war... Doch, das war der erste Koloss. Der erste Koloss sein soll. Das war da. Nein, du hast nie recht, Janik. Warte, ich schau mal auf die Karte. Das bockt mich jetzt mal, wenn ich das kann. So, ich traue mich irgendwie außen rum. Ja, geh mal außen rum. Da unten sind noch Wolken. Du musst außen rum gehen. Ich würde sagen, du gehst nach links. Ja, nach links. Siehst du das? Ja, okay. Ey, Janik, du hast recht. Ich hab recht. Oh mein Gott! Tatsächlich? Alle applaudieren. Wuhu! Wenn ihr glaubt, Janik hat doch nicht recht, schreibt in die Comments. Bord euch doch. Ihr seid recht. Ja, okay. Also, ich hab euch schon vermutet, dass jetzt dieser Palast plötzlich der Koloss ist. Ja, das wäre der Abmann. Oder seine Nassenspitze. Ja, genau. Boah, ich bin müde. Was explodiert da in meiner Nase? Gau mal. Du musst da dran in sein Flechhöl verprügeln. Oh, das ist also die Zunge und das Ganze hier ist der Wurm. Ja, genau so. Genau so, ja. Wisst ihr jetzt, warum mit den anderen Parts immer nur zwei von uns gewesen sind? Weil es viel zu laut wäre. Ja, ja, ja. Viel zu viel gelabert. So, was? Wir spielen gerade ein Spiel. Ach, hallo. Ey Leute, bist du noch gestern? Genau. Oh, Janik, weißt du noch, als du Let's Party gemacht hast? Let's Party, oh ja. Oh ja. Let's Party mit Janik. Und... Ja. Wo lang muss ich? Guck mal auf die Hand. Ah, das ist jetzt... Guck mal auf die Karte. Er ist in der Wand. Oh mein Gott, ich muss zuerst das Relikt für den Koloss der vergangenen Weihnacht... Der vergangenen Weihnacht. Für so ein Weihnachtsmann. Aber ganz kurz, was hatte Dormian oder Doriam? Äh, die Zeit ist knapp, war halt durch. Ja, doch, Leute kommen... Ihr seid nicht alleine. Wir haben gestern noch mal darüber diskutiert. Und das heißt, wahrscheinlich wegen deiner... Bei seiner Schlange, beim 12. Koloss, hieß es ja, ihr seid nicht alleine. Wir haben einfach mal gedacht, ey, was meinst du... Was denkst du, wenn er einfach mal dein Pferd meint? Ja. Dass du ohne dein Pferd niemals hättest aufsteigen können. Genau. Das könnte auch sein. Ja. Ja, sie ist mir traurig. In dem Fall sagt er aber, die Zeit wird knapp. Kann es sein, dass die Leute, die da... Es wird jemand kommen, die Zeit wird knapp, dass die Leute, die wir gesehen haben in der letzten Sequenz, dass die kommen, um dich wieder mitzunehmen. Oder um die Frau zu entschönen oder irgendwas in der Richtung. Keine Ahnung. Also ich will sowieso, also wenn die nicht kommen, vielleicht kommt es ganz am Ende raus, was das für Leute sind. Vielleicht jetzt auch davor. Nach vorne läuft ja auch. Das sieht schon mal vernächtigt nach letzter Schauplatz aus, ja. Oh ja. Was für dunkel? Schatten. 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 Der hat einen mächtig großen Schatten wie so hell. Das ist wieder hell. Guter Kommissar, danke. Das ist ja dunkel. Das wird hell. Das ist ja dunkel. Jetzt, ich sage vor, es wird jetzt wieder dunkel. Gangnam Style. Ja, okay. Hoppa, Gangnam Style. Hoppa, Gangnam Style. Ja, er steht sogar. Ist das nicht geil? Das ist ein Tor, er kommt also raus. Du musst doch nur klopfen. Wie groß ist das Tor? Boah. Das ist nicht so groß. Aber für ein Koloss ist das klein. Ja, das ist wirklich nicht so groß. Ja, vielleicht musst du davor beten. Wuhu. Oder ich muss durchspringen. Also jetzt komm, das gibt es schon wieder. Nee. Ich glaube, ich muss beten vielleicht. Bist du Hero of Time oder so? Genau, genau. Also ich steig raus, ja. Ich steig jetzt aus. Ich steig jetzt aus von dem Pferd. Ich hab keinen Lust. Hast du das jetzt abgeschlossen? Ja. Du Fick. Okay. Wollen wir raten? Ja. Wollen wir raten? Ja, danke. Ey, ich war gerade. Oh, wow. Der darf ein bisschen steinen. Mellon. Ich hab das Tor öffnen müssen. Der letzte Kurs hätte nie rauskommen können, ohne dass ich da hingeleitet werde. Und dann bin ich dazu in der Lage, das Tor zu öffnen. Krasser Shit, Mann. Krass. Und ich glaube, mein Pferd kann ich jetzt wieder nehmen. Bitte, danke. Mellon. Mellon. Freund. Freund, genau. Auf Englisch. Ja, kennt ihr auch Herr der Ringer? Ja, schreibt uns in die Kommentare. Ja, was uns denn noch alles schreibt? Wir sind schon halb Hochstatt. Das ist doch eure Hausaufgabe. Ja. Lückt ihr die Aufreger? Lückt ihr die Aufreger es nicht? Dann schreibt es uns doch einfach in die Kommentare, warum. Ja. Okay, da kann man speichern. Wir brauchen ja eh nie da speichern und so. Also lassen wir es gleich. Ich wollte eigentlich auch E6 nicht mehr lassen. Dann lassen wir es doch einfach. Ja, oh. Nein, aber ich habe jetzt das Bedürfnis zu speichern. Genau. Unbedingt und lauf. Du blödes Pferd, geh vorwärts. Komm, los. Komm, das Pferd wird es spannend machen. Stand up for the champions. Ah! Wuhu! Was geht da? Oh, schreit, renn, 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 renn! Oh Gott, alter! Was geht denn? Oh Gott, ey, ey. Ne, nein! Nein, nein, nein! Oh nein! 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 Ich gehört. Alter! Agro! Ei, shit! Alter, ey. Ich bin echt traurig. Ich auch gerade ohne Scheiß. Ey, scheiße. Ich bin traurig. Ey, Leute. Scheiße. Ich hab Pipi in Augen. Ich hab Pipi in Augen. Ich hab mich auch ohne Scheiß gerade ein. Ich hab mich noch voll getroffen. Oh Mann, echt. Ach, guck du, das Pferd. Das ist so wie bei einer unendlichen Geschichte. Diese Scheiß fie ich echt. Oh die Scheiße. Das kann doch gar nichts dafür. Ja wirklich. Ist doch unsere Quest for Power. Ganz ehrlich. Ich hab doch alles gegeben für uns. Der Arsch. Der Arsch. Der Arsch. Der Arsch. Der hat uns tausendmal hin und zurückgebracht und wir Spasten. Ich komm zu dir. Ja, du pfeif. Noch pfeif weiter her. Hallo. Oh Gott. Pfeif. Oh Mann. Ey, der ist da eigentlich drauf. Jetzt ist das. Das ist asozial. Ey, ich hab grad voll Gänse aufbrüttet. Das ist asozial. Ey, die Leute haben es echt drauf Spannung aufzubauen und keine Ahnung was. Ich hoffe, ich muss klar sein. Also der letzte Freund, den unser Hauptcharakter hatte, ist jetzt weg. Und das letzte andere lebende Wesen in der Kantenwelt außer dir ist jetzt auch kaputt. Ja, Salamander sind auch alle Tote. Also. Alle Kolosse mit denen du hättest, vielleicht möglicherweise in der Freundschaft lesen könntest. Äh. Oh Gott. So. Und zwar. Es gibt gar keinen 16 Kolosse. Du bist ganz alleine, Idiot. Du bist der Koloss. Lalalala. Du bist der Koloss. Ey, du bist der Koloss. Kann ich da hoch? Ja, das sieht so aus, als könnte ich da hoch vielleicht. Oh Gras. Es wächst nicht in Richtung der Sonne. Oh mein Gott. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Wer gibt es an der Erdanziehungskraft? Ja. Oh mein Gott. Ja. Springen geht. Von der Frosch. Wack. Guck mal. Wack. 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 Ja. So langsam richtig. Irgendwann den Säulen. Ja, da hoch. Ja, doch. Hoch? Ja, ja, doch. Ey, wisst ihr was ich jetzt so denke? Aber ich kann mich täuschen, was das ganze Ding gerade hier der Koloss ist. Das wäre arg bitter, Alter. Das wäre verdammt bitter. Das wäre verdammt bitter. Ja, ich bin zu schlecht. 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 Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol und keine Ahnung. Da. Das ist der Koloss, eindeutig. Da. Ja. Alter. Ja. Das ist ein Turm? Ja. Okay, die Statue sah aus wie ein Turm, aber... Ist das ein Turm? Nein. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Alter. Alter. Viel Spaß. Der Turm ist keine Sonne um die Schottstelle rauszufinden. Oh geil, ich freue mich schon. Hey, weißt du noch meiner? Weißt du noch mein letzter? War echt cool, danke. Ja. Ich glaube der Finger von dem ist größer. Er wollte kein Salz. Er zeigt auf mich. Zeig mich, zeig mal zurück. Hallo. Du! Seine Mitte. Ich glaube seine Mitte. Ist das der Gott und er schredet jetzt nochmal mit uns? Das fühlt sich ja doch nie an. Boah, der schießt! Wow! Halt dein! Alter! Fuck! Verdammt. Der ist mächtig. Ey, verarsch mich, gell. Was ist denn los? Schnell drücken. Ja, ich drücke so schnell ich kann. Okay. Ich will da nicht hoch. Geht es hier draußen irgendwo? Glaube ich nicht. Alter, ne. Ich glaube du musst einfach nur diesen Hechtsprung und dieses Ausweichen. Das wollen wir auch. Ja. Soll ich es machen? Ich kann das gut. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Vorsichtig. Jetzt. Achtung. Ja. Boah. Ah, es gibt immer wieder irgendwo was, wo man nicht... Da würde ich mal runter gehen. Ja, genau. Wie glaubst du? Wir könnten mal diese Stufen ausprobieren. Ja. Diese Stufen. Ja, ja. Jetzt gehen wir schnell. Vielleicht ist das alles tot. Ja, auf jeden Fall das runter. Ja. Ja, kann ich dann auch wieder hoch? Ist das noch einmal aufgegangen? Oder muss der Gott kommen? Ich komme zumindest näher an den Rand. Genau. Dann kommst du umgekommen. Boah. Oh Gott. Ey, der ist wirklich mächtig. Jetzt ohne Scheiß. Du wirst doch nicht mal hinten dran und du bist schon... Boah. Der ist bitter. Ach. Also okay, ich dachte, das Spiel besteht aus lauter Endbossen, aber das ist ein Endboss. Verdammt war da hingeschossen. Ach Gott. Lass mich da... Steh auf! Ja, hallo. Guck mal. Guck mal. Guck mal in der Kamera. Ja, dann drehe ich nicht mehr nach links. Oh Gott, Mann. Okay. 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 Ich kann das. Das ist ein Deckungsding. Oh Gott. Alter. 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 Ja, ich weiß, er steht mir nicht auf. Alter. Denkert das Ding. Ich glaub. Du musst echt mal in diesem Part eine Alta-Konfer reinmachen. Ich glaube es ist bestimmt 50 mal Alta bei Pferd und 50 mal Alta bei Leben. Da vorne ist noch eins. Noch ein Alta? Okay, noch eins, okay. Gut. Schön. Okay, weiter. Noch ein Stück. Und halt. Und stopp. Oh ja, gut. Schön. Ich weiß gar nicht, kann ich da weiter vor? Das ist bestimmt richtig. So ähnlich wie Ollys Koloss. Da musst du auch so einen komischen Weg erst mal gehen. Bis es erstmal losgeht. Boah, aber ich bin heilfroh, wenn ich mein Leben grad ein bisschen heilt. Und wo ist der Winter, wo du hier von links hast? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Probier mir das schöner. Echt jetzt? Ich probier dich gleich. Ja, wo du hier bist. Er sieht uns, okay. Er weiß, wo wir sind. Er ist Gott, ey. Er weiß echt, wo wir sind. Die ganze Zeit. Da seht ihr das? Da rechts an der Säule. Das mach ich da unten entlang. Geh mal hin. Ey, shit. Jetzt musst du wirklich alles beweisen, was du gelernt hast. Jetzt ganz ehrlich. Ja, und ich hab ganz alles gelernt. Wir haben schon zwei Schlagen wieder einiges gelernt. Ja, übel. Er hat echt einiges gelernt, ja. Du hast nie die Umgebung nutzen müssen. Eben bei deinen Kolossen. Echt jetzt? Nee, echt nicht. Nee, ich noch nicht. Das war dein erstes Mal. Okay. Ich mache das als wir beide. Außer die Streine bei deinem größten... Nee, bei der aggressiven Schlagge. Okay. Okay, da geht's. Ach so, ja. Oh Gott, hab ich Schiss. Ey, das Vieh ist zu assig. Er ist ganz klein. Ganz süß. Ja, geil vom Ball kommt gleich aus. Das ist ein großer Bruder. Das ist der richtige Koloss. Ja. Das ist schön auf ihn. Das ist nur die Handpuppe vom richtigen. Ja, genau. Hallo. Guck mal, das war uns gerichtet. Das ist nur seine Nase. Ich schon wieder. Ich schon wieder. Sein Nasenhaar. Jetzt ehrlich. Ja, kommt jetzt. Zeit. Wollt ihr sagen an? Haben wir noch Zeit oder so? Ja klar, geht schon. Also... Weil... Also irgendwie mal in seine Nähe zumindest mal kommen wär cool. Winsch? Ja, doch. Ja, in Style? Okay. Ja, oder stirb einfach. Dann hab ich wenigstens Grund auch zu... Ja, geil. Danke, Uli. Du hättest gleich zu mir. Nein, bin ich halt jetzt wieder. Oh Gott! Kolas, 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 Kolas. Der ist mit aufs Maul. Pi Gamma Gebe. Pi Gamma Gebe. Was ist denn? Wir sind richtig gut. Was geht? Was mach ich denn? Ich weiß es nicht. Einfach Regen halten. Hoch, hoch, hoch. Ich kann da nicht hoch. Es rutschig, es regnet halt. Es geht schon. Nee, ich kann da nicht hoch. Dann springen wir doch links hoch. Ja, ich muss weiter. Doch, jetzt geht's. Hä? Keine Ahnung. Das war gerade wieder Yannick irgendwie. Nübel? Okay. So lange ist der Yannick. Du hast vielleicht nicht da hoch gekonnt. Wirklich? Und da war jetzt eine Art Abkürzung oder sowas. Ja. Wir machen weiter. Ja. Bei rechts. Okay. Du musst irgendwie... Ja. Oh, das war kass. Oh, das war kass. Da rein, oder? Ach, Finsch? Ja, vielleicht da rein. Oh Gott! Wieder rein. Genau das. Ich falle einfach runter, ja. Vielleicht falle ich einfach runter. Schatz. Was? Du hättest ja wohl noch reingeschossen. Du brauchst dir helfen. Ich hab den Tipp gegeben. Da sollst du rein. Verdammt. Okay, 15 Minuten. Ich glaub, das reicht echt. Sag doch mal, wenn du angelangt wirst, dann Pause. Nee, ich würd sagen, jetzt Pause und ihr seht weiter, wenn ich auf... Du bist unter ihm, Mann! Ich bin an ihm! Okay, das reicht. Ich bin in ihm. Ich bin in ihm. Ihm. Ihm drin. Yes. Okay, Leute. Ich glaub, das ist ein gutes Bild. Damit können wir aufhören. Nee. Jetzt. So, ja. Dann kann man das voll drauf. Okay, wir sind jetzt am Ende von Part 1 angelangt. Letzter Koloss, Koloss 16. Ich hoff, ihr seid genauso gespannt wie ich, weil ich bin's. Scheiße, ich bin's aber hoch. Schaltet wieder ein, abonniert uns, liked unseren Facebook-Kanal, Account. Ist mir egal, was ihr macht, aber macht irgendwo einen Daumen. Macht das einfach. Bis zum nächsten Part. Ciao, Leute. Tschau. 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 Tschau.